hallo und willkommen zu einer aufnahme vom direft ja akkas 3 lttc projekte hier mit der lieben luciani hallo und mit insolence danke ja das war jetzt mal ja wir haben da gerade drüber geredet mob mich nicht ja das ist okay so ich möchte gerne die steel power flight quest durchmachen und da brauchen wir ein steel working and you und dafür brauchen wir glaube ich einfach nur ein buch genau oder ein materials and you kann ich auch einfach über gießen mache ich das so nein 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 glück gehabt was denn ja ich habe schon wieder zero bricks gießen lassen weil ich aussehen den hemel nicht umgelegt habe ja die kiste mit zero bricks ist bald voll so dann wollen wir mal was haben wir jetzt so und ich werde jetzt erstmal überall die barrels aufstellen und für die felder 1 2 und dann eben barrel gut ähm gott theoretisch kannst du eine quest jetzt abgeben jetzt aber ich würde warten weil du kriegst gleich noch mehr quest die du abgeben kannst ja so dann train das ding dann einfache bricks und ein duckt duckt tails oh verdammt jetzt habe ich noch controller gebaut egal und das ding so bitte einmal die scorch bricks nehmen als reward und gelurium so warte warte ganz kurz was soll ich jetzt nehmen gelurium beide male das eine mal gelurium das andere die scorch bricks so das brauchen wir noch nicht das ist auch stahl gut das heißt ich bin jetzt soweit mit dem quest fertig kann mir jetzt angucken wie das teil nochmal funktioniert genau 3x3 und in der mitte hole war das oder ja den tank den baue ich jetzt mal nicht das ist ja mehr oder weniger egal so was lief das hinterpilog wird auch immer noch etwas lecker jo passt gut das heißt ich brauch den controller hier für dich denn hier und hier das ding brauche ich auch nicht das ding brauche ich auch nicht so ich habe zweimal gut backpack äh ich habe dreimal äh gold nixen habe ich bekommen amaranth, copper, äh, pale oster geil da kann man sich auch mal drum kümmern äh eine nick, äh goldner nixen ein was wow eine lederrüstung ich bin ja geflasht ja komm mal auf die werte zauberte protection 5 kann man runter verzaubern und woanders drauf verzaubern theoretisch so wo soll ich den high ofen aufstellen auch erstmal hier mit dann machen wir hier einfach unsere testing area draus ja komm und irgendwann brauchen wir hier zwar noch ein bisschen mehr platz aber theoretisch können wir auch einfach dicht an dicht bauen ja müssen wir dann gucken ich habe hier wieder butterfische ey ich kotze und fischen ey wenn ich noch einmal fische bekomme dann fange ich das kotzen an so wollte ich mal ganz kurz mit her kommen dass wir mal den high ofen aufbauen mhm ach verdammt das braucht man glaube ich charcoal da kann man glaube ich keine normale kohle benutzen ich hoffe man kann normale kohle benutzen so drei zehn stück von denen brauche ich das ist dieser ofen wo du auch glas drum herum bauen kannst mhm nein das ist ein anderer dann brauche ich noch eine ingot cast form ja damit so zero brick können jetzt erstmal warten ich muss mir nochmal eine neue fertig machen okay so ach du kannst mir nochmal einen gefeind tun welches äh mir nochmal einen hopper besorgen hopper hopper hast du den gemacht oder irgendwo mhm hinten bei der leim ne die leimste anlage lassen wir lieber erstmal so stehen ja da muss ich auch noch machen ja äh nein so sollst du eigentlich jetzt nicht mein hopper so so sollst du sein eisen 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 scheißen äh eisen total unauffällig ich weiß der ist viel zu unauffällig gewesen hui wollen wir gleich ach ich baue gleich alle hier hin so 44 durch 3 äh durch 8 muss ich das teilen hier ist ein hopper 5 layers kriege ich noch hin kannst du mir nochmal 4 scotch bricks bringen wo sind die denn äh ja da hinten in der kiste hopper habe ich übrigens unter den ähm table gesetzt ok danke ach verdammt jetzt habe ich nicht gesagt ne kiste hahaha wie viel soll ich da machen ähm hast du noch welche was denn scotch bricks oder kannst du welche abgeben guck mal ins questbuch nicht dass du da noch ein quest abgeben kannst ich dachte du hast welche gemacht äh nein hast du questmäßig hast du da welche bekommen ja ich habe dir doch schon nichts zugeworfen gut und jetzt bitte noch 5 machen die machst genauso wie die syrup bricks die scotch bricks liegen ähm dingstens drin ja die wollte ich doch gerade machen aber du sagst nein geh da nicht hin ich habe nicht gesagt geh da nicht hin ich habe nur gesagt warte wie viel soll ich machen davon 5 so habe ich dir mal ein stack gemacht dann baue ich den ofen halt noch höher man scherz ich habe dafür nicht schade ich hätte den ofen noch höher gemacht so ich komme gleich ich muss mal ganz kurz gucken geht das mit jeder kohle ähm zucker haben wir genug ich bin gerade nur am überlegen scheiße der muss glaube ich mit ja der muss mit charco angetrieben werden wenn mich nicht alles täuscht wer scheiße ähm wir brauchen zucker gunpowder und kohle das müsste glaube ich das beste sein ne gar nicht wahr äh gunpowder wie viel brauchst du ähm ich weiß gleich was heißt dissipation nochmal das weiß ich nicht wenn du willst kannst du dich einfach mit dem hochstacken und oben das ding zumachen und was soll ich mich hochstacken mit kacke äh koppel beispielsweise ja translate so dissipation was heißt das nochmal war das verbrauch ich kann mir nicht vorstellen dass gunpowder das wenigste ist du hast gerade 5 Stück 1 2 3 4 verschwendung warum 5 ganz oben komplett zumachen du musst sie komplett dicht machen ok ist dicht so das heißt gunpowder brauchen wir bone meal und gut sand nehmen wir einfach den rest haben wir nicht so ähm bone meal haben wir mehr als genug nur ich brauche noch mehr weil ich gleich ein bisschen mehr schmelzen möchte gerne ah ne bone meal geht glaube ich nicht als äh block oder da darf ich reingucken so martin brawberry ok bone meal was habe ich noch gesagt ähm weißt du nicht mehr onion bone meal gunpowder und sand ok ok soo oh funktioniert jetzt ja er läuft auf jeden fall schon mal aber ich bin auf der linge ob ich den noch höher mache da können wir noch mehr gleichzeitig schmelzen aber und ich bin echt am übrigen ich kann sie jetzt das sind korn habe ja schon angepflanzt und übrigens auch mit was ist nochmal wie der was r y e leg mal nach ganz unten im ding ganz unten rechts rye rye ist das ingwe weiß ich nicht genau dann weiß ich nicht was das da ist das da ist doch egal weiß ich das weiß ich das da so jetzt noch ein bisschen sand und dann kann ich das eisen was wir nicht besitzen einschmelzen zu stahl verdammt habe ich gar nicht dran gedacht wie viele fehlte haben wir noch hinten genau eins zwei soja bohnen brauchen wir ohne ende das weißt du ja weiß ich was die ganze wollen wir mitgenommen ja muss hier bei uns wieder klein machen kannst du machen brauchen wir nicht mal pulverizer haben wir so viel von so ein stack gunpowder bone meal und sand unten so ich mach glaube ich viel zu viel stahl aber kann man eigentlich nie zu viel machen so ich habe jetzt nur unser gesamtes eisen drauf gehen lassen also ich mache nachher noch mal wieder neues so jetzt ist die frage funktioniert das auch mit kohle oder brauchen wir da wirklich scharko hier also zieht der reis ein ein problem ja es funktioniert nämlich nur mit scharko verdammt jetzt müssen wir mal ein bisschen erst zwischen schieben und ich brauche eine neue hoch ich brauche eine neue hoch meine alte ist kaputt gegangen wer ist das hingekriegt ich habe wacker gemacht wie lange haben wir noch wir sind bei elf minuten ja gut dann schaffe ich das noch so ähm dann brauchen wir jetzt mal eben acht bricks ich schalte jetzt mal auf kohleverschwendung so dann brauche ich einen von den frames drei redstone aber wir müssen das hinten auch unbedingt mal durchlaufen lassen dass wir noch wieder ein bisschen redstone bekommen äh was bricht denn jetzt hier weißbar das ist die automatische siebenanlage ja ok merke ich mir gut so so dann jetzt noch ein und zwei kupfer ich hab noch mal wieder was ein neues gerät der gerät schweiß frei der gerät schläft nie der gerät hat keine schmerzen der gerät ist günstig hier ein redstone furnace lass mich ruhig fahren nein will ich nicht wir müssen jetzt nämlich holzkohle machen kohle 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 dann kommt man hier bald nicht ich muss hier mal ausbauen ich muss den keller schon ausbauen illy pepper wir sind cool so mal kurz den ofen ja so und jetzt brauchen wir nämlich den schar kohle das heißt ich komme nicht doch nicht drumherum gleich noch zusammen zu gehen verdammt wo wolltest du drumherum kommen einfach sagen nein keine Lust so zwei schar kohle vielleicht kriege ich ihn damit schon mal angeheizt so und zwar bei diesem hochofen ist es ein bisschen anders wie bei dem bei der normalen smatry und zwar Jenny kommst du auch her oder ich bin immer noch voll gefällt ja ich meine nur das erklären technisch warte kannst du mal weg bleiben ich will noch mal kurz was anderes zwischenzuschieben so wie immer gut egal so da haue ich noch das ganze zeug hier rein so ähm zwei diamanten sechs glas ach fällt mir gerade ein und übrigens das was hier so steht hier das ist das was wir noch an für die egnes extrude alle brauchen also stackweise also nebenbei falls sich da wer wundert äh verdammt ich hätte doch nicht das ganze eisen rein tun würde so ein blatt nehme ich mir nochmal wieder raus ich glaube ich mache wirklich viel zu viel Stahl so 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 das muss reichen so weil ich ich hoffe ja momentan wieder so sagen das ist ja schlimm äh ich möchte jetzt nämlich gerne noch eine diamantkiste machen und die mobfalle damit ein bisschen entlasten da die kiste fast nun mal voll ist ähm ähm was pflanze ich da denn an und was essbares ich habe mal was neues fleisch oder so fleischboden haha war echt interessant wo so wo hier okay vielleicht sollte man das nicht mit fast vollem inventar machen so da soll ich meine spitzsacken wieder haben das holz das das eisen dem bilder und das ding das Ob es auch hier sind 42 Gunpowder drin gelandet. Warum das denn? Onion, das und Tomatoes. So, dann mache ich hier mal Onions. Potato und Letcher bitte auch schon, also Tomato, also Tomaten und wie heißt das andere? Salat. Der Salat kommt jetzt am nächsten Feld. Ja, weil davon brauchen wir ohne Ende. Ich glaube 50.000 müssen wir davon abgeben. Du scheiße. Hat teilweise auch Vorteile, dass man so einige Sachen schon kennt. Aber wir kennen ja noch lange nicht alle Sachen. Also von daher kann das so die ein oder andere Überraschung geben. Ja, ein oder andere. Ist mein Spiel abgekackt? Bitte lass nicht mein Spiel abgekack sein. Also noch bist du ingame. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum funktionierst du nicht? Hä? Funktionieren tut er. So, er hat Gunpowder drinnen. Er hat Bauenmehl drinnen. Er hat Sand drinnen. Warum funktionierst du jetzt nicht? Sand drinnen. Es regnet. Macht keinen Unterschied. Kannst du nicht mit Block of Gunpowder umgehen würdest? Hä? Nein. Er ist kalt, also ein Kartexer brennt nicht. Ich glaube, du brauchst Klavo oder so. Kann das sein? Nein, normalerweise mit dem Gunpowder, äh mit dem, äh, Charcoal heizt man ihn ja eigentlich auf. Ja, eigentlich. Das ist ja eigentlich da, aber irgendwie... Eigentlich bin ich auch eine Frau. Das bist du auch, ähm... Hä? Warte, mit dem Block of Iron nicht klar? Hä? Was zum Teufel? Ich kapiere das jetzt nicht, warum das nicht funktioniert. Hm. Äh, toll, da muss Redstone rein. Ach so. Haha. Also wenn ihr es jetzt richtig verstanden habt, weil sonst weiß ich auch nicht mehr. Dann muss ich nur mal gucken, wie wir das letztes Mal gemacht haben. Aber letztes Mal haben wir da auch keinen Redstone reingehauen. Und, äh, zumindest ist es nicht, dass du dich erinnern könntest. Ne, geht immer noch nicht. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich weiß. Hä, ich habe jetzt genau so den Aufbau wie die... ...und das funktioniert nicht. Das kommt schon wohl. Hm. Ich bin blöd. Warum? Ich habe, glaube ich, rausgefunden, woran es lag. Ähm... Ich probiere es erstmal eben aus. Wenn es klappt, sage ich es. Ansonsten sage ich es nicht, weil es so peinlich ist. Also? Äh, es funktioniert ja noch nicht. Warte doch mal. Ansonsten sage ich es stark. Oder... ... Oh, nein. In dem Regen liegt es nicht. Keine Angst. 나온a Davon bin ich überzeugt, dass da an nicht liegt. So, dann da... Wollen wir ein bisschen bombeln, holen wir eine Rebounce. Jetzt kann das Wurzel laufen. Ja, daran hat's gelegen. Was war's? Äh, Redstone-Signal vergessen. Das Ding, das reagiert nur, wenn er ein Redstone-Signal bekommt. Hui! So, mal gucken, ob er Back-of-Bone... Tobi hat's herausbekommen. Tobi hat's herausbekommen. Ja, gehen wir und so, pass auf. Hä? Ja, die Melodie. Ah! Oh, Mist! Das war jetzt keine Absicht. Ja, klar. Hätte ich jetzt auch gehabt. Das ist aber ein Kindergeschmarr. Das ist doch nicht immer geschützt. Nee, warte. Selbst alle meine Entchen ist immer geschützt. Jep. So, wie man jetzt sieht, er heizt sich jetzt so langsam auf, der Ofen. Ähm... So, wenn ich mich jetzt beeil, dann wird dann nicht wieder kalt. 150 Grad, und wir bist dann bei 22 Minuten. Ja... Nun... Wie, 22 Minuten?! Ähm... Ernsthaft? Ja... Ja. Ja, gut, so. Auf jeden Fall, wenn das jetzt hier gleich durchgelaufen ist, irgendwann dann, ähm... ...kring ich Stahl dabei rum. Und jetzt darfst du abmoderieren Ja, du hast angefangen Nein, du? Ich? Nein Ich? Ja Ah, gut Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt Auch wenn das jetzt eine kleine Überlängen-Folge war und so weiter und so fort Gebt einen Daumen hoch oder Verwertet generell und kommentiert und so weiter Schaut bei Jenny vorbei, schaut bei mir vorbei Bis dann, ciao, ciao Tschüss